Die Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, ihren Dienstplan online einzusehen. Das heißt, es gibt zwar immer noch einen Papierplan auf den Bereichen, aber über das Smartphone, über den Computer können die Mitarbeiter auf ihren Dienstplan zugreifen. Wir haben digitale Flipcharts, die wir auch gerne in Elterngespräche mit reinnehmen, um da Dinge einfach zu visualisieren. Man kann die besser begreifen, man kann eine PowerPoint schnell gestalten, auch für Elternabende. Bis zum nächsten Mal.